Das sind jetzt die Valkyro Tacek, keine Ahnung ob ich es richtig ausspreche, von Klassek. Kategorie 1 Bodenwirbel. Hier steht überall so ein bisschen was noch drauf. Da auch. So sind die gepackt. Preis und wo gekauft, in der Beschreibung. So sind die Valkyro Tacek. So sind die Valkyro Tacek.